Ho 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 zusammen, hier ist wieder Ben und ich habe ein paar Tricks gesehen. Diese könnt ihr ganz leicht machen, einmal kurz aufpassen, dann lasst es krachen. Heute geht das Nikolaus Geschenk nach Twitter und zwar zu TheRealManico. Er hat geschrieben, hey Ben, kannst du mir einen Trick oder eine Kombo von LeBlanc zeigen? Und na klar kann ich das, heute möchte ich auf ihre ultimative Fähigkeit eingehen, denn diese hat sich ja ein bisschen verändert im Vergleich zu dem vorherigen Modell. Der erste Teil heißt Mimic und er kopiert einen eurer Zauber und macht diesen stärker. Dabei erschafft sie auch noch so ein kleines Trugbild von ihr, was dann natürlich ein Klon ist und keinen Schaden verursachen kann, außer dass es natürlich diese Fähigkeit zaubert. Trotzdem sorgt dieser Doppelgänger natürlich für Verwirrung auf dem Schlachtfeld. Der Ultimate hat aber auch noch eine zweite Komponente und zwar nennt sich dieser Schatten der Rose. Und zwar ist das der Doppelgänger und den könnt ihr von irgendwo zaubern und irgendwo auf der Karte hinsetzen. Dann wird euer Doppelgänger von dort aus starten und zum nächstgelegenen Champion hinlaufen und den letzten Spell, den ihr gezaubert habt, auf diesen gegnerischen Champion casten. Nehmen wir mal an, das war zum Beispiel eure Kette, dann geht dieser Klon dahin und zaubert die Kette auf euren Gegner. Oder es ist natürlich euer W-Spell gewesen, dann springt dieser Klon mit dem W-Spell auf den gegnerischen Champion hinauf. Wohlgemerkt macht diese Fähigkeit keinen Schaden, sie will nur den Gegner verwirren. Und genau so solltet ihr das auch machen, dass ihr euren Klon in eine Lane schickt, nachdem ihr eure Lane verlassen habt. Benutzt diese Fähigkeit nicht, wenn ihr noch auf der Lane seid, weil dann kann der Gegner das ganz schnell herausfinden, dass das kein Klon ist. Vor allem, wenn das ein Premade ist im gegnerischen Team und die halt sehen, dass in der Mitte immer noch die richtige Leblanc unterwegs ist, dann könnt ihr damit niemanden betrügen. Wenn ihr aber euren Klon in eine andere Lane schickt und ihr seid gerade beim Recall und seid irgendwo in einem Gebiet, wo der Gegner euch nicht sehen kann, dann könnt ihr durchaus gegnerische Summoner-Spells damit verbrauchen. Das klappt am besten, wenn ihr den W oder den E als letztes gezaubert habt und dem können die Gegner ausweichen. Das heißt, der Q ist ja ein Point-and-Click-Effekt, den können sie eh nicht ausweichen mit einem Flash oder so. Deswegen können sie dem W oder dem E mit einem Flash ausweichen und können das in einer engen Situation, wenn sie wenig HP haben, oder so auch einfach verschwenden, weil sie dem Toten natürlich aus dem Weg gehen wollen. Und wenn sie das benutzen, dann ist es natürlich extrem wertvoll. Das heißt, kurz bevor ihr recallt oder so, sendet doch einfach mal euren Klon in eine Lane aus, aber nicht so schnell, dass es unrealistisch ist, ne? Also nicht aus dem Bild rauslaufen und dann sofort in der gegnerischen Lane spawnen, sondern wartet kurz. Ihr könnt ihn ja auch in der Basis benutzen, aber Hauptsache ihr habt auch den W und den E-Spell als letztes gezaubert und dann schickt diesen Klon in irgendein Gebüsch, so als würdet ihr simulieren wollen, dass ihr gerade in diese Lane reinroamt. Kann das durchaus sein, dass ihr damit Summoner-Spells der Gegner verschwendet. Ich hoffe, der Trick hat dir weitergeholfen und wenn auch ihr noch einen Vorschlag habt, dann schreibt ihn hier in die Kommentare. Bei Facebook und Twitter könnt ihr mir ebenfalls schreiben. Heute haben wir ja schon einen Gewinner davon gesehen. Das lohnt sich also auch für euch. Und außerdem bekommt ihr da alle Aktualitäten über mich und meinen Kanal. Und natürlich freue ich mich auch noch mehr von meinen B-Nausen dort zu begrüßen. Jetzt wünsche ich euch noch ein wunderschönes Nikolaus-Fest. Ich hoffe, dass eure Stiefel prall gefüllt sind. Und dann sehen wir uns zu Türchen 7 morgen, Leute. Eine schöne Weihnachtszeit, euch haut rein. Bis jetzt! Bis jetzt! Bis jetzt! Bis jetzt! Bis zum nächsten Mal.